Ab 1940 fanden auf dem niederschlesischen Gut Kreisau von Helmut James Graf von Moltke, aber auch in Berlin und München, regelmäßige Treffen des später von der Geheimstaatspolizei so benannten Kreisauer Kreises statt. Auf ihnen wurden Konzepte für eine grundlegende staatliche, wirtschaftliche und soziale Neugestaltung Deutschlands nach dem Sturz der NS-Diktatur erörtert. Der Kreisauer Kreis entwickelte sich zum Zentrum des bürgerlich-zivilen Widerstands. Vor 80 Jahren trafen sich die Kreisauer, ein Stichtag von Jens Schellhaas. Das Schloss Kreisau in Niederschlesien im heutigen Polen, 60 Kilometer südwestlich von Breslau. Nur wenige Tage nach dem Fall der Berliner Mauer entsteht an diesem Ort eine Begegnungsstätte für europäische Verständigung. Wie schön zu wissen, dass du da bist. Wie sehr lieb. Eben brachte der Wachtmeister mir frisches Fleisch, Schlagsahne und Semmeln. So schreibt Helmut James Graf von Moltke im letzten Brief an seine Frau Freier. Es ist der Tag seiner Hinrichtung. So wie ihm ergeht es vielen, die sich im Schloss Kreisau zu konspirativen und mehrtägigen Treffen verabredet hatten. Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofes in Nazideutschland, macht ihn in den Prozess. Verräter an allen, wofür wir leben und kämpfen, werden sie alle mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich. Im Januar 1944 wird Moltke verhaftet. Er hatte einen Freund vor dessen Festnahme gewarnt. In den Jahren zuvor hatte der Graf unter dem Deckmantel von Familienfesten auf sein Schloss geladen, um über eine demokratische Entwicklung nach Hitlers Diktatur zu diskutieren. Und wenn man damals Menschen fand, die genauso dachten und auf derselben Spur liefen wie man selbst, war das schon ein Geschenk. Erinnert sich Marian von Wartenburg. Ihr Mann Peter und Graf von Moltke sind die führenden Köpfe dieser Treffen, die später in den Listen der geheimen Staatspolizei, der Gestapo, als Kreisauer Kreis auftauchen. In dieser Gruppe kommen Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus zusammen. An Moltkes Seite seine Frau Freier. Dass sie so verschieden waren, das war gerade der Sinn dieser Gruppe. Er hat gesagt, evangelische haben wir schon genug, jetzt müssen wir noch ein paar katholische haben. Kapitalisten haben wir auch, jetzt müssen wir Sozialisten haben. In ihren Grundsätzen für die Neuordnung formulieren die rund 20 Mitglieder des Kreises unverzichtbare Forderungen an ein Deutschland nach dem Naziterror. In einem Entwurf heißt es, Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit, unbedingte Toleranz in Glaubens-, Rassen- und Nationalitätenfragen. Ein Attentat auf Hitler kommt für viele Kreisauer nicht in Frage. Moltke war überzeugt, dass damit das geistige Grundübel nicht beseitigt werde. Eine demokratische Neuordnung sei ausschließlich durch eine militärische Kapitulation möglich. Sie sollte auf Humanität, christlicher Ethik, Gerechtigkeit, Mitbestimmung und der Überwindung von Klassenschranken beruhen. Moltke träumte sogar von einem europäischen Bundesstaat. 1943 waren die Grundsätze des Kreisauer Kreises fertig zu Papier gebracht. Und ich habe sie versteckt, sie waren in Kreise versteckt, auch mein Mann wusste nicht, wo ich sie versteckt habe. Als Graf von Moltke im Januar 1944 verhaftet wird, schlafen die Aktivitäten des Kreisauer Kreises ein. Einige Mitglieder beteiligen sich am Attentat auf Adolf Hitler. Am Ende fliegen alle auf und nur wenige kommen mit Gefängnisstrafen davon. In einem der letzten Briefe Freier von Moltkes an ihren Mann heißt es, Am 16. Oktober 1942 traf sich die Widerstandsgruppe, der sogenannte Kreisauer Kreis, zum zweiten Mal. Heute vor 80 Jahren.